Zombie Apocalypse Ein neuer Einsatz für die Berufsfeuerwehr Vassel. Wie um Himmels Willen geht eigentlich hier das Licht an. Also jedes Mal, wenn es dunkel wird draußen, tappe ich hier wirklich im Dunkeln. Also das ist wirklich nicht schön. Ich habe mich schon so oft gestoßen, also das zählt dann natürlich unter Arbeitsunfall. Was um Himmels Willen machen wir falsch? Müssen wir so viel Energie sparen, beziehungsweise Strom sparen? Und jetzt nehmen sie uns schon das Licht weg? Ich weiß es nicht, keine Ahnung Leute. Aber wir sitzen ja gleich im Fahrzeug mit Licht. Und wir fahren gleich mal rüber zu unserem neuen Einsatz hier im LS17 mit der Feuerwehrmott. Ich begrüße euch, liebe Zuschauer. Einsatz, Stichwort, mitten in der Nacht, lautet Verkehrsunfall in Vassel. Oh Gott. Soll anscheinend ganz schön schwer gewesen sein. Es haben sich viele Nachbarn bei uns gemeldet. Beziehungsweise über die Leitstelle, über die 112. Und wir rücken erstmal aus mit den HLF und dann gucken wir mal genau, was da eigentlich jetzt vorgefallen ist. Und immer noch sind hier viele, viele Leute unterwegs. Ich fasse es gar nicht. Was hier zusammenkommt an Fußgängern, das ist wirklich irrsinnig. Irrsinnig, wahnsinnig. Egal zu welcher Uhrzeit. Also es sind immer wieder Leute unterwegs. Krass. So. Wir gucken mal, wo genau jetzt der Unfall passiert ist. Das Auto soll anscheinend ins Haus geflogen sein. Dann bin ich mal gespannt, Leute. Oh, ich sehe gerade, warte mal, Achtung. Ich fahre jetzt mal nicht zu nah ran. Da unten ist eine Ölspule. Eine Ölspule. Eine Ölspur. So, wir machen mal Heckwaren an. So. So, hinter uns natürlich der Verkehr. Den machen wir gleich mal aus, würde ich sagen. Soweit es geht. Denn ich mag das überhaupt nicht. Das ist alles schön und gut. Ja, aber ich mag das überhaupt nicht, wenn der Verkehr hier an ist. Den machen wir gleich mal aus und dann gucken wir mal. So, die Ölspur zieht sich schön lang. Hier ist der Pkw. Ach, du Scheiße. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Die Feuerwehr. Hallo? Person nicht ansprechbar. Ach du meine Güte. Haben Sie uns angerufen? Gehen Sie bitte rein. Ja, gehen Sie bitte wieder in Ihr Haus. So. Jetzt erstmal die Nachbarn wieder zurückscheuchen. Die wollten gerade alle rausrennen. Hier stehen schon so viele Leute rum. Da wäre es schön, dass wir hier auch gut arbeiten können. So. Dann holen wir uns gleich mal das nächste Einsatzfahrzeug zum Einsatzort. Das sieht nicht gut aus. Ich dachte, das ist jetzt ein ganz normaler Unfall. Aber nichts da. Der ist ja rauskatapultiert worden. Die Person. Der liegt jetzt da vor dem Pkw auf dem Boden. Und dem müssen wir jetzt erstmal ganz, ganz schnell da helfen. Also das sieht wirklich ganz schön gefährlich aus. Was war denn das gerade? Was war hier denn los gerade? Bin ich da am Tor hängen geblieben? Mann. Los geht's. Erwin mit Kran rückt aus. Wir fahren zur Unfallstelle. Erwin mit Kran rückt aus. 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 So. Uns wurde schon gesagt, wir sollen hier erstmal reinfahren und uns hier hinstellen. So weit wie es geht ans Fahrzeug ran, damit wir hier mit dem Rüstfang arbeiten können. Jetzt muss ich bloß aufpassen hier auf die Ölspur, weil die hat sich ganz schön verteilt hier. Sieht so aus, als ob der irgendwie von hinten gekommen ist mit seinem Pkw und dann hier volle Möhre ins Haus gerast ist. So. Das haben wir. Dann haben wir erstmal hier. So. Die Tafel. Warte mal. Die machen wir mal auf. Jetzt habe ich alles angemacht. Ich dussel. So. Stopp. Ne? Können wir machen. Müssen wir nicht unbedingt, aber ich finde es immer besser, wenn da irgendwas angeschaltet ist. Wir stehen jetzt hier mitten in der Ecke. Was soll er da noch kommen? Nichts. Ein Fußgänger. Ja, egal. Ich finde das cool, wenn man das Ding aufklappt. So. Umfeldbeleuchtung. Ganz, ganz wichtig. Dann ist der Rüstwagen erstmal aufgebaut. Ich stelle mich jetzt gleich mal hier hin. Warte mal. Ich gehe mal gleich auf die andere Seite. Ich mache da gleich mal auf, damit wir auch hier gut arbeiten können. Dass wir hier gut ans Fahrzeug rankommen natürlich, weil das ist halt auch ganz schön hoch, ganz schön groß. Finde ich halt ein bisschen schade, dass hier keine Trittbretter sind. Also da musst du ja wirklich eine Leiter ranstellen, ne? Für die Kleinen unter uns, damit man da ordentlich rankommt. So. Es ist aber erstmal in Ordnung. Die Person liegt da immer noch. Als nächstes kommt dann erstmal der Rettungswagen zum Einsatz. Zeitgleich auch mit dem NEF. Der Notarzt kommt gleich mit. Denn das sieht aktuell wirklich nicht gut aus. Person nicht ansprechbar. Hat aktuell auch einen sehr, sehr, sehr niedrigen Puls. Die Kollegen kümmern sich gerade um die verletzte Person. Die Vitalwerte werden gerade abgerufen. Das sieht nicht gut aus. Der hat sich gerade bei diesem Unfall ganz schöne Verletzungen zugezogen. Ich hoffe, der Notarzt kann da jetzt schnell helfen. Wir rücken sofort aus. NEF, RTW sind dann erstmal auf dem Weg. Und das ist schon das hellste Licht, ne? Mehr geht gar nicht. Dann lassen wir das mal so. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt da gut und sicher ankommen. Dann geben wir natürlich alles bei diesem Einsatz, um die Person da zu helfen. So, warte mal, Powerblitz ist an. Ja, gut. Alles klar. Hupsara. Hupsara. So jetzt erstmal kurze Nachfrage Wo sollen wir uns hinstellen Ich glaube wir können Ah ok wir sollen nach vorne fahren Hier an die Seite so ein bisschen So NEF ist vor Ort Und RTW ist vor Ort Dann stellen wir uns natürlich hier gleich mal hin Und rennen rüber zu der verletzten Person Der Notarzt und die Sanitäter Kümmern sich jetzt erstmal um die verletzte Person Oh der Zustand der verschlechtert sich gerade Nach und nach immer mehr Das kann ganz schön Heftig werden jetzt hier So die Kollegen kümmern sich darum Die Ölspur wird jetzt gerade Abgebunden Von den Kollegen vom HLF Tja und dann Geben wir mal unser Bestes jetzt Hier ist natürlich aktuell Eine Aufruhr vom Feinsten Also wie gesagt alle Nachbarn Alle Leute Die gucken jetzt erstmal raus Was hier los ist Die laufen sogar einfach Durch den Einsatzort durch Was man eben halt so macht Wenn man keine Zeit hat Dann macht man das eben so Und rennt hier einfach durch Ich mag es einfach nicht Die Feuerwehr ist da Und so weiter Mit den Kollegen Und trotzdem interessiert es denen 0,0000% Und dann laufen sie einfach Hier durch die Einsatzstelle Also das muss wirklich nicht sein Aber natürlich Ganz klassisch Die Gaffer sind natürlich Wieder mit am Stissel Die haben sich hier aufgestellt Sind kilometerweit mit dem Rad gefahren Mit dem Fahrrad Und gucken sich genau alles an Was hier passiert ist Also das muss man sich mal überlegen Dass die sich hier so eine Arbeit machen Um wirklich alles mitnehmen zu können Alles zu dokumentieren Was hier genau gerade abgeht Das ist wahnsinnig Wirklich So wir haben jetzt hier erstmal Die Trage aus dem Fahrzeug geholt Die wurde hier gleich mitgenommen Zur Unfallstelle Und der Notarzt meinte schon Also sollten wir jetzt die Person In den RTW verlagern Könnte es sein Dass wir die Person Auf dem Weg ins Krankenhaus Verlieren könnten Also Wird auf jeden Fall Jetzt muss ich mal ganz kurz Warte mal Jetzt wird auf jeden Fall Ein Rettungshilikopter Angefordert Ohne den Umzoniert hier ansonsten Gar nichts Und Der ist auch schon alarmiert Der ist schon Fast auf dem Weg Ich werde den jetzt auch gleich fliegen Ich kann das bloß da hinlegen Den TH-Satz Dann müssen wir das eben so probieren So was ich aber noch machen wollte Ganz 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 wichtig Ich brauche Die Pol vor Ort Ganz ganz wichtig Die müssen sich hier wirklich Um alle kümmern Und bevor ich jetzt Den Rettungshilikopter hole Werden wir jetzt mal Ein bisschen den Einsatzort Absichern Also das müssen wir Auf jeden Fall jetzt machen So Dann gucken wir hier jetzt Erstmal ganz kurz Hier haben wir erst mal Alles aktiviert Umfeldbeleuchtung ist an Tür kann zu Dann holen wir uns jetzt Noch ein Fahrzeug Dass wir hier ordentlich Licht machen können Am Einsatzort Gucke ich mal Was wir da jetzt Auf jeden Fall Mitnehmen können Was haben wir denn hier Alles noch DLK Könnte theoretisch Auch funktionieren Dass wir da oben Irgendwie Licht aufbauen Ich glaube das machen wir auch Ich glaube dann haben wir Den ganzen Einsatzort Gut ausgeleuchtet Die ist natürlich jetzt Für einen Verkehrsunfall Nicht geeignet Da braucht man die Auf jeden Fall nicht Aber zur Absicherung Zum Ausleuchten Ist das ideal So Guck mal hier Die hat wirklich Panoramalicht Nenne ich das So 360 Grad Licht Wahnsinn Das ist schon heftig hier Das ist schon heftig hier Bitte einmal rüber Weg vom Einsatzort Halten sie bitte Abstand Die kommen mir viel zu nah Schon wieder Diese Gaffer Unbeschreiblich ist das Wirklich Also wenn ich könnte Würde ich da jetzt einmal Mit denen Ach Lassen wir es Wir lassen es gut sein Ich reg mich schon Wieder viel zu krass Darüber auf Lass die einfach machen Sollen sie schauen Die Polizei ist da Die kümmern sich drum Das ist jetzt nicht Mein Brot hier Ja Dann werden wir jetzt Erstmal Das Licht Einschalten Ich glaube das war schon alles So Dann können wir nämlich Hier mit den Mit dem Korb Von der DLK Das alles so ein bisschen Hier Von oben Ausleuchten Alles an Alles an Gut Da haben wir nämlich auch Licht oben Und das können wir jetzt Dafür nehmen um Den Landeplatz hier Gut erkennbar zu machen So Die Einsatzstelle ist Sowieso ausgeleuchtet Vom Rüstwagen Die hat auch eine große Umfeldbeleuchtung dran Das ist gut Wunderbar Und dann gucke ich mal Was wir da jetzt Hinstellen können Zu markieren Ich würde sagen Pylone Leitkegel Mit so einem Blitzer drauf Hier kann der Helikopter Dann gut landen Das sieht er denn auch Von oben Obwohl der sieht Die Einsatzfahrzeuge So oder so Das Blaulicht Das siehst du Kilometer weit Gerade auch wenn er Von oben geflogen kommt Das sollten die Auf jeden Fall Rechtzeitig sehen können Dann gucke ich mal nach Einen Lichtmast Dass wir hier noch Was aufbauen können Das war auch hier Das auf der anderen Seite Noch gut ausleuchten können Und dann sollte das Eigentlich auch reichen Also mehr muss ich Denn hier nicht machen Denn haben wir erstmal Alles Alles aufgebaut Was wir brauchen Und Mehr müssen wir Dann auch nicht machen Muss ich bloß gucken Wo das alles hin ist Ach hier hinten war der Meine Güte So hier oben Kann man den nicht platzieren Ne das geht nicht Das würde kollidieren Schade Ich dachte man kann das Da oben platzieren Ne geht nicht Sowieso ein bisschen schwierig Hier irgendwie Das Gefühl So Dann einmal da hinten Und hier Und dann am besten Nochmal drüben beim Nachbarn Ne das war Die Bude auch Ausgeleuchtet haben Dann sparen die auch Wieder ein bisschen Strom Und ich glaube Das sollte dann Hier ausreichen Da hinten brauche ich Jetzt nichts weiter So Landeplatz Ist ausgeleuchtet Der Rettungshelikopter Hat Starterlaubnis Das darf Dann erst mal In die Luft gehen Und wir hören uns gleich Wieder liebe Freunde Weil das einfach Viel zu laut ist Das darfst du Das darfst du Von der Rettungs Das darfst du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Feuerwehr war wieder rechtzeitig vor Ort Ich denke mal, das lag auch daran, weil so oft die 1 in 2 gewählt wurde und so oft wurde der gleiche Einsatzort angegeben Ja, ich denke mal, das hat alles auf jeden Fall miteinander was zu tun Freut mich, dass wir das erfolgreich jetzt gepackt haben und ich hoffe, es hat euch auch gefreut, liebe Zuschauer Lasst mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben da wissen, ne Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns in alter Frische wieder in der nächsten Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmuth Macht's gut, liebe Freunde Wir sehen uns, bis dann und Ciao